Wenn ich sterben sollte, würdest du wieder heiraten? Natürlich nicht. Warum? Magst du es nicht, verheiratet zu sein? Natürlich mag ich es. Warum würdest du also nicht mehr heiraten? Okay, ich würde wieder heiraten. Du würdest? Würdest du mit ihr in unserem Bett schlafen? Wo sollte ich denn sonst schlafen? Würdest du meine Bilder durch ihre ersetzen? Das halte ich für angemessen. Würde sie meine Golfschläger benutzen? Nein, sie ist doch Linkshänderin. Scheiße. Scheiße. Das halte ich mir nicht, wenn ich sie heute wieder rauskille. Ich muss die Geze. Ich muss die Geze. Vielen Dank.